Das hofft zumindest die Menschheit, sagen mir viele. Spaß. Das hat mir mal einer als Witz erzählt, aber naja. Dämlicher Typ. Der hat mal, also ich wollte ja eigentlich meine Let's Plays geheim halten. Einfach so, weil ich, naja, ich wollte die einfach geheim halten. Aber der musste mich ja stalken und mich finden. Und naja. Jetzt, falls ihr zuguckt, wie schon gesagt, dummer Spassi. Nein, ich hab nichts gegen den, aber trotzdem. Hm, stalker. Falls ihr jetzt zuguckt, wird ihr schon wissen, dass ich den meine. Weil der der einzige ist, der bis jetzt meinen Kanal entdeckt hat. Glaub ich zumindest. Vielleicht hat es ja schon weiter gesagt. Aber ich hoffe mal nicht. Weil ich eigentlich noch nicht will, dass alle wissen, die ich kenne, dass ich Let's Plays drehe. Gründe genau gibt es dafür nicht. Aber, naja. Vielleicht einfach auch, weil ich es noch nicht will. Und ich denke, dass das halt, warum ich mich nicht zeigen werde, ist wahrscheinlich auch darum, weil das, glaube ich, nicht so gut für meine Zukunft wäre. Ich weiß es aber nicht so genau. Aber halt, ähm, wenn ich irgendwo arbeite und der Typ kennt mich dann, als YouTuber ist das ja schon ein bisschen unangenehm, glaube ich. Außer der sagt, dass ich voll cool bin und so und voll gute Videos mache, dann wäre das ja noch einigermaßen in Ordnung. Aber, naja. Geht, das ist ja, was ich meine. Ich meine, ihr wollt bestimmt auch nicht eure Chef-Dingens, dass eure Chef wisst, dass ihr Let's Plays dreht oder was auch immer. Und halt, ähm, außer eure Chef ist halt so cool und so, halt so ein bisschen freundschaftenmäßig. Ich bin ja 14, äh, 15. So, darüber kann ich noch nichts sagen. Von daher. Ähm, ja. Ich will irgendwann mal vielleicht Koch werden oder Bäcker oder sowas. Irgendwas mit... Entweder Konditor, also nicht Bäcker, sondern Konditor. Oder halt Koch. Wäre schon cool. Musik ist gerade extrem laut, oder? Ja. Es tut mir leid, wenn ihr mich gerade jetzt voll nicht gehört habt, weil Musik einfach übertrieben laut war. Vielleicht immer noch. Ähm, ja. Ja. Ich bin halt nicht so ein Profi. Ich hab ein 30 Euro Dingens. Das ist voll unlogisch. Das klingt wie Dingens. Wie wenn irgendein Eisen zerbrechen würde, auch für das nur Dingens ist. Naja, egal. Ich hab eine 30 Euro Dingens, ähm, Mikro. Ähm, nein, Lappi, das einigermaßen gut ist, finde ich. Ähm, ja. Ich hab, glaube ich, schon über 10 Minuten aufgenommen. Egal, dann werden es halt 2 Parts. Ihr könnt ja mal gerne gucken. Ja, ich heiße Bentina, weil ich eigentlich Ben heiße. Und meine Schwester wollte unbedingt, dass ich die mit erwähne. Also, Christina Bentina. Ja. Äh, nein, falsch. Falls ihr mal gucken wollt, wie das so ist. Computer. Ist jetzt nicht beste Lappi, die es gibt, aber für mich reicht es. Ich kann ja auch mal etwas sagen. Es hat von PeckArt Bell, Easy Notebook, LS, Intel Core i5-Prozessor, 2450 M. Ich glaube, das sind halt 2,5 Gigahertz. Ja, stehe ich hier auch. Ob das, ja, ist, glaube ich, nicht so viel, aber ich glaube, es geht. Äh, 500 Gigabyte HDD-Specher, 17,3 HD, LED, LCD, Zoll, Bildschirm, DVD, Supermulti, DL-Drive, 1,5 Megapixel HD Webcam. Ist sogar ziemlich gut, muss ich zugeben. Das kann ich euch ja auch mal zeigen. Äh, nicht mich. Irgendwas anderes, nee. Ich habe schon gesagt, ich will mich nicht zeigen. Ja, Kondome ins Bildschirm halten. Aber ich meine, man sieht ja alles ziemlich gut, so Schriftarten und sowas. Ne? Ja. Ich lasse es ja auch mal hier so laufen. Nein, Spaß. Ne, 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 ne. Ich sehe jetzt gerade meine Maus nicht. Ausschalten. So. Und ihr seht ja hier alles. Falls es euch interessiert, wahrscheinlich nicht. Ich vertrödel hier nur meine Zeit, um zwei Partien zu kriegen. Aber egal, müsst ihr ja nicht wissen. Oh, warte. Friedlich. Einfach. Auf einfach spielen wir. Dafür muss ich mir aber erstmal eine Schwert craften. Ein Schwert. Ich sag manchmal mal Messer statt Schwert. Klingt dann immer ein bisschen komisch. Ich mach mir immer eine Messer. Bei Minecraft. Muss man schon zugeben, ne. Ja, ihr hört jetzt bestimmt mein Klicks extrem laut und so. Wie schon gesagt, es tut mir leid. Ich versuche ja schon, so leise wie möglich zu machen. Ähm, ähm, ähm. Was habe ich gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Egal. La, 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 la. Oh, ich höre schon Skelette. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber... Dump, 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 dump. Oh, da ist eine kleine Insel. Ne, so klein für mich. Yeah. Zombies. Auch noch. Creeper. Ich bin so... Boah, ich werde da. Alter. Alter, du kleine Penner. Alter, der schießt mich noch tot. Ah, Jaga, 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 Jaga. Ja, das wäre jetzt bestimmt gerade voll laut. Wegen tausendmal klicken. Maus. Extrem laut. Zombie. Ah, ich hab Schiss. Gib mich zu. Ich hab Schiss. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, während ich eine Axt baue. Ein Stein-Axt. Damit baue ich jetzt mal ein Crafting-Table ab. Aufpassen. Immer schön aufpassen. Abbauen, abbauen. Ich hab jetzt nicht mal eine Rüstung oder sowas. Dann stirbt man ganz, ganz schnell. Wenn ich genügend Silber habe, werde ich mir natürlich eine Silberrüstung bauen. Und damit dann ein bisschen sicherer durch die Gegend laufen. Aber bis dahin werde ich noch extrem vorsichtig sein. Penner, Penner. Stirb. Ich will nicht sterben. Ich hab Hunger. Gammelfleisch, Scheiß drauf. Ich friss jetzt Gammelfleisch. Aber ich mein, ich hab jetzt nicht wirklich Hunger, sondern nur bei Minecraft. Ich verderbe jetzt gerade diese Atmosphäre, oder? Will ich jetzt sagen, nur bei Minecraft. Komm, schieß, schieß. Penner. Yay. Alles weggefetzt. Scheiße, den aber nicht. Gott, sitz da. Ich hoffe, ich find's wieder. Ich hab's nicht so mit Orientierung und sowas. Enderman nicht anschauen. Creeper nicht anschauen. Äh, was? Ja. Äh, Zombie. Das müsste doch irgendwo dort sein, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Und du dort, und du dort. Komm schon. Da ist auch diese Insel gewesen. Irgendwo, glaube ich. Scheiße. Scheiße. Was heißt für ein Scheiß? Ja, ich versuch grad mit meiner Stimme ein bisschen rumzuspielen. So, so, halt. Ein bisschen Stimmverschlimm. Ah. Stimmverschlimm. Ah, ich geh. Scheiße, Mist. Arschlöcher. Ja. Ja. Meine Sachen kann ich wohl vergessen. Scheiße. Ja. Hm. Ich versuch meine Sachen wieder zu finden. Mehr kann ich ja nicht versuchen. Wie hab ich schon gesagt, ich bin kein Profil-Ace-Player. Ich bin halt... ...extrem... ...un... ...un... ...unvorsichtig, weil ich normalerweise immer auch... ...peaceful-Spiele... ...und dann... ...braucht man halt keine... ...undwelche besondere Sachen. Ich will jetzt nicht 10 Minuten verschlempert haben. Das ist scheiße. Oh, scheiße. Da ist jetzt ein Creeper, Alter. Die sind ja nicht ektroniert. So lange brauchen die doch gar nicht. Alter, das ist doch jetzt scheiße. Das ist doch nicht wahr. Mann. Ich mach' mal geräuschend ein bisschen leiser. Ich bin so traurig, traurig. Jetzt bin ich glücklich. Ja, und wie glücklich ich bin. Ich mag solche Mega-Höhlen. Im Gegensatz zu... ...andere... ...menschen vielleicht. Aber ich liebe solche Mega-Höhlen. Besonders, wenn ich kein... ...Holz dabei habe. Äh... Jetzt muss ich ganz hoch schwimmen. Ja, ganz hoch schwimmen. Super Plan. Ich glaub' ich sterbe einfach. Ich hab' ja eh nix. Und dann fangen wir in der nächsten... ...Folge wieder richtig an. Aber ob ich diese Höhle wiederfinde? Ich glaub' schon. Ich glaub' schon. So. Tschö, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt... ...Let's Play Minecraft. Bis zum nächsten Mal.